Hallo, hier ist Europapox28, wieder zum Spiel Bully und wir sind der Jimmy und der harte Schulhof Gangster und wir müssen jetzt bei der Klassensprecherin aufpassen. Schon wieder da. Oh. So, wie lange geht das scheiß Aufführung? Das Sport ist mehr sinnvoll für deine Zukunft. Ich bin wirklich nicht egal, was du sagen. Dann sind die Texte und die Lehrer kompeten. Was haben Sport gemacht für dich, außer... ...zauber und schmerz? Nicht gut genug. Während meinem Gegenteil wird auch mehr populär sein. Schönes und Muscular sein. Du wirst! Und haben die Aufmerksamkeit von den Skolbibbos. Warum hast du sogar versucht? Er hat einfach nicht was es braucht, um Präsident zu sein. Es gibt einige, die sagen, dass ich nicht die Massen representiere. Lass mich dir sagen. Ich bin nur so viel wie du. Es ist Zeit, um dich zu verändern. Ein Votator für Ernest bedeutet ein Votator für... ... das Triumph von Brains gegen Brawn. In Closing, remember, ein Votator für E. Es ist ein Votator für mich. Dankeschön, alle. Good night. Ja! 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 All sorted. Oh. I love you, Jimmy, but I probably shouldn't. You know. What? What is going on? What is going on...? Ohй I better make a friend soon! Perhaps the strong showing in the hay. This is called Hallowe now? Oh no. Ah, da hin... klar, nehm ich mal kleine Speichern, wir haben glaube ich 4% oder so jetzt. Start für Halloween. Halloween! Ja? Ja? Oh, come on! Come on! Thrill. Hey, Jimmy! Lost? Why are you hiding your head with that thing? You're gonna regret this! Ha, ha, ha! Look at the wimp fight! Yeah! Get out of here, stupid hat, buddy! This is too easy! Why are you hiding your head with that thing? This is too easy! You're gonna regret this! You're gonna regret this! You're gonna regret this! You're gonna regret this! Ah, bei unserer Maus gibt's auch einen Steirchen hinten. Could you help me, sir? Despite all the crap they have to put up with. That's not surprising. I really appreciate you doing this, sir. Oh, thank you! Loser! Thank you! Fight me, kill me! Hey, what's new? How are you doing? You okay? I have to remember to tape that show. Well, I can... Hey, dude! Get it! Get it! Get it! Get it! Get it! I'm so sorry! Suchen wir einen Schiller, wo wir wieder so hinklatschen können? You're a dork! Okay! So you wanna get beat down! Get it! Get it! Get it! Get it! Aw, very funny! Why not just say it to my face, huh? You think I stink, right? What's that on your head? How about two black eyes? It looks like an old man? Yep! You're making me tired, dude! You know what's that, huh? Fuck that shit! No way! I... 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 Yip! Sounds good. Cool, thanks. Me laughing? Oh, the f**k! You're all in nothing! Uh-oh. Let's- You've got money when I'm angry! Ow. Here! Oh! Ich bin ein Librarian und nicht ein Bankrubber. Stop trying to fit in so high. This time I am period. I'm gonna kick my ass! Hey Jimmy! I'll do it. Cool, thanks. Oh! Oh! Help him! Ha ha ha! You stink! I hate to ask, but I need your help man. I have to go call my mom. Thanks a lot! Bye! Stupid ass! Me like snack. Time to back up your trash! Alter! Supermenschwuchtel Hier kleine Hilfe Alter Eres Supermenschwuchtel Geht her, geht her, geht her! Get the hell! You don't have to fern your head! Come on! Kill each other! You don't have to fern your head! Yeah! A little action to wake this place up! Did you ever play Ever give you a medicine that gave you a percentile? Hey, get off of him! There was never any doubt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Okay, das ist das? Das ist das? Wir werden uns die Chads'n. Komm her, du kleine Schraub. Hey, was du machst? Was hast du mit dem Test? Geh zum Lehrerzimmer. Die Schule ist ja auch immer offen. Das Lehrerzimmer, ist das oben oder unten? Oder unten? Ja. Geil. Oh. Die Gong auf sie. Ja. 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 Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ja.